Aus dem Wohnzimmer drang ein leises Kinderbein und eine beruhigende Frauenstimme murmelte gedämpfte, zärtlich klingende Worte. Ich ließ die Ambrust sinken, ging zur Wohnzimmertür und trat ein. Thomas sah es in dem einzelnen Fernsehsessel, der nahezu jede Couchgarnitur der alten Welt vervollständigte. Seine faltigen Arme hingen rechts und links an den Armlehnen herunter, sein Kopf war kraftlos auf die rechte Schulter gesunken und seine toten Augen blickten mir direkt ins Gesicht. Zuerst schrag ich zurück, dann sah ich ein zweites Mal hin, und noch während die verheulte Mariam und die bleiche, maskengesichtige Wander sich zu mir umdrehten, nahm ich die großen Blutlachen wahr, die sich aus Thomas' aufgeschnittenen Pulsadern über den Boden ausgedehnt hatten. Maria machte einen zögernden Schritt auf mich zu, und als ich die Armbrust abgelegt hatte und ihr die Hand entgegenstreckte, rannte sie mit ihren kleinen Füßen zu mir, drückte ihr verheultes Gesicht an meinen Bauch und schluchzte weiter. Ich konnte spüren, dass ihr Herz wie rasend schlug, und auch nachdem ich diese Szenerie des Todes, die das herbstliche Morgenlicht in unwirkliche Farben tauchte, noch eine Weile in mich aufgenommen hatte, machte sie keine Anstalten, mich loszulassen. Mein Blick suchte Wanders Gesicht. Immer noch blass und keine Regung zeigend, schaute sie mich an. Distanziert. Erstarrt. Er ist tot, sagte sie schließlich. Wieso? Fragte ich. Sie blickte nach unten und schüttelte langsam den Kopf. Schuld. Es waren die Schuldgefühle. Ich verstehe nicht. Ihr wart doch alle Gefangene. Euch trifft doch keine Schuld daran. War das der Anflug eines spöttischen Lächelns? Später. Lass ihn uns zuerst begraben. Ich sagte nichts mehr, nickte nur. Wir hatten uns für den Vorgarten entschieden. Keinem von uns war nach unnötigen Kämpfen, deswegen wollten wir den Schutz, den der hohe Zaun uns bot, nicht missen. Meine Verletzung bereitet mir nach wie vor Schmerzen und die körperliche Arbeit machte es nicht besser, aber ein Blick in Wanders Gesicht sagte mir, dass sie mir nicht helfen würde. Gegen Mittag standen wir schließlich neben dem Erdhügel um die Grube herum. Thomas' Leiche lag daneben. Wir hatten sie in ein Laken eingeschlagen, nachdem wir bemerkt hatten, dass Mariam die verheulten Augen nicht von dem toten, erschlafften Gesicht lassen konnte. Dort, wo seine Arme den Stoff berührten, schimmerte es bereits rot durch das Laken. Ich stützte mich auf den Spaten, den ich aus dem Keller geholt und zum Ausheben der Grube benutzt hatte. Wanda war hierbei wahrlich keine große Hilfe gewesen. Während ich gearbeitet hatte, sah sie mit ausdruckslosem Gesicht zu und nur selten hatte ihr Blick den Toten zu ihren Füßen gestreift. Jetzt, wo wir soweit waren, wartete ich. Als Wanda ihren starren Blick nach einer Weile immer noch nicht abgelegt hatte, fragte ich schließlich … Ah, letzte Worte. Sie schaute mir kurz ins Gesicht, dann kniete sie sich neben Thomas' eingewickelten Kopf, strich einen Moment lang abwesend mit der Hand darüber und rollte die Leiche dann nach einem kurzen Zögern in die Grube. Das Geräusch, das entstand, war leise, aber es kam mir laut vor, laut und unangemessen. Sie erhob sich und streckte die Hand in Richtung Spaten aus. Ich reichte ihn ihr. Nachdem sie mit ihrem ausdruckslosen Gesicht drei Schaufeln Erde auf den toten Körper geschippt hatte, rammte sie den Spaten in den Boden und blieb am Rand der Grube stehen. Dann zog sie rotzhoch und spuckte ihn in das Grab. Sie drehte sich zu mir um. »Schüt zu«, sagte sie tonlos, und als sie sich umdrehte und ins Haus zurückging, konnte ich sehen, dass ihr Gesicht nicht mehr ausdruckslos und starr war. Ich tat, wie mir geheißen, und während ich unter Schmerzen schaufelte, dachte ich über die Szene nach, die sich gerade abgespielt hatte. Was war zwischen den beiden vorgefallen? Ich konnte mir einfach keinen Reim darauf machen. Irgendwann war ich fertig mit dem Schaufeln und mehr als froh, dass ich für das Zuschütten von Thomas' Grab wesentlich weniger Zeit benötigt hatte als für das Ausheben. Ich stieß den Spaten in die Erde, so wie es Wanda getan hatte, und tat einen tiefen Atemzug. Da erst bemerkte ich, dass Mariam die ganze Zeit über hinter mir gestanden und stumm zugesehen hatte. »Was passiert, wenn wir sterben?«, hörte ich ihre Kleinmädchenstimme. Mir fiel keine passende Antwort ein. »Ah, komm mit«, sagte ich deshalb, und sie ergriff die Hand, die ich ihr hinhielt. Wir schlossen die Haustür hinter uns, und am Küchentisch fanden wir Wanda. Sie saß an der Tür zugewandten Ende des Tisches, und es war eindeutig, dass sie uns erwartet hatte. Vor ihr lag das Buch. Ihre Nägel geruben sich in den Ledereinband, als sie den Kopf in unsere Richtung hob. »Setz dich.« Ich tat es. Mariam nahm mich auf den Schoß, wo sie erschöpft einschlief, noch bevor Wanda ein weiteres Wort gesagt hatte. Langsam und stockend begann sie zu erzählen. Ihre Gefangennahme, die erste Zeit voller Angst, Scham und Schmerz, als ihre Eltern ebenfalls noch unter den Gefangenen gewesen waren. Dann der elende, qualvolle Tod der Eltern, die permanenten Misshandlungen und Vergewaltigungen durch die Degenerierten und auch durch die anderen Gefangenen. Deren Kommen und das Sterben der Schwachen, die ständige Angst. Sie leierte eine endlose Litanei von selbst erduldeten und unter Zwang anderen zugefügten Qualen, Folterungen und Demütigungen herunter, ließ Menschen mit Namen und Gesichtern von meinem geistigen Auge erscheinen und wieder verblassen. Manche erwähnte sie auch irgendwann einfach nicht mehr. Sie erzählte, wie sie durch das vom Krieg zerstörte und den Trümmern liegende Europa gezogen waren, wie sie über die ganze Zeit hinweg nur das Nötigste an Nahrung bekommen hatten, gerade so viel, dass sie marschieren konnten, ohne umzufallen. Sie berichtete auch, wie die Degenerierten andere Gruppen und kleine versprengte Siedlungen anderer Überlebender überfielen, beschrieb Machtkämpfe innerhalb der Degenerierten Bande, Duelle, Intrigen und heimliche Morde. Oft schweifte sie in Einzelheiten ab, und wenn sie das tat, konnte ich mir am besten ein Bild von der ganzen schrecklichen Sache machen. Wenn sie sich in Grausamkeiten verlor und endlos Worte aneinander reihte, hörte ich mit einem Ohr zu, und der freie Teil meines Gehirns fügte die wirren, scheinbar unzusammenhängenden Informationen zu einem Gesamtbild zusammen. Ich hatte falsch gelegen. Hinter dem Handeln der Degenerierten, unter all der absoluten Triebhaftigkeit und Mordlust, lag ein roter Faden verborgen. Eine Methode. Zum einen war die Gruppe ständig gewachsen, und das, obwohl hin und wieder auch Degenerierte bei Kämpfen gestorben oder einfach zurückgelassen worden waren, wenn sie sich Verletzungen zugezogen hatten und die Gruppe deshalb aufhielten. Am Anfang waren es nur fünf Männer gewesen, die sich zu dieser Bande zusammengeschlossen hatten, aber als ich auf die Gruppe traf, war ihre Zahl bereits auf etwa zwanzig angewachsen. Wandas Erzählung ließ mich davon ausgehen, dass die neuen Mitglieder der Degenerierten ehemalige Gefangene waren, die durch verrohende Riten, erzwungene und erduldete Gewalttaten eine Gehirnwäsche hinter sich hatten, die ihren Bösartigkeit kaum zu überbieten war. Im Prinzip war dieses Rekrutierungsschema mit dem identisch, was überall in Ländern angewandt worden war, in denen irgendwelche selbsternannten Heilsbringer Kindersoldaten in den Kampf schickten, anstatt selbst in erster Reihe zu stehen und das eigene Leben für irgendeinen ach so heiligen Zweck zu riskieren. Das alles schien mir mit einem Mal sehr durchdacht, systematisch und innerhalb der eigenen schrecklichen Logik auch durchaus von Intelligenz beseelt zu sein. Menschliche Werte wurden umgekehrt, der eigene Hang zum Bösen legitimiert, ja, geradezu herausdestilliert, den Opfern die Möglichkeit gegeben, zu Tätern zu werden, ohne sich mit dem eigenen Gewissen befassen zu müssen, da es ja unter Zwang geschah und durch ein Belohnungs- und Privilegien-System Anreize geschaffen wurden, vorauseilenden Gehorsam zu üben. Und das alles so lange, wieder und wieder, bis die Sklaven andere Menschen waren als die, die von der Bande gefangen genommen worden waren. Oder überhaupt keine Menschen mehr. Selten geschah es, dass einer der Gefangenen sich offen widersetzte oder versuchte, sich all dem zu verweigern. Wer es tat, wurde grausam und blutig vor alle Augen hingerichtet.